Und schießt wieder voll ins Blech. Ja. Ach. Ach. Zer. Ist aber so irgendwas. Da war ich zu langsam. Schwierende Operation vor ein paar... Ja gut, das ist schon eine Weile her. Dass die letzte Operation da war. Das muss ihn einfach schnaufen lassen. Oder mit Vorrücken. Wenn ich das Ding da unten treffe, wird es glaube ich nicht so schadhaft. Gott. Jetzt haben wir den Teufelskopf jetzt mal wieder gesäubert. Aber hinter uns warte gerade ein Sandauer. Indie Base. Ja gut, ich denke nicht, dass er weit kommt. Er wird verfolgt von Erwaisern. Die sich gegenseitig wieder den Weg blockieren. Was wieder auf den Skill der Fahrer schließen lässt. Der wieder sehr bombastisch sein muss. Sich gegenseitig über den Haufen fahren. Drin laufen rum. So. Rücken wir weiter. Direkt vor mir. Für eine Max-Einheit, die kann ich auch nicht knacken. Ich brauche eine andere Position. Ich brauche vor allem mehr Licht. Der Tag wäre nicht schlecht. Dass Tag nicht sehr schlecht wäre. Und eine erhöhte Position. Und viele Gegner. Wenn wir schon bei den Wünschen sind, bei Wünschtir was sind. Die erhöhte Position kriege ich gerade hin, aber... Mehr auch... Ne... Ja... Hat gereicht. Mehr Licht wäre auch nicht verkehrt. Ich sehe so gut wie gar nichts. Oh... Ja... So... Jetzt alle Tages Bonis... Ausgespielt. Sieht aus, als würde es rauslaufen aus der Kanone. So... Weiter geht's. Oh... Ich fäng mal einen Sniper. Ich hab nicht gesehen wo. So... So... In der Tür. Wer sich rauswagt, der kriegt eins auf den Deckel. Wenn mir so blöd aufstehen bleibt. Erst recht. Ja... Ich war mir jetzt nicht sicher ob das einer war oder nicht. Ja... Aber es war dann sogar ein recht gut... Ach... Na... Das nächste Mal kriege ich ihn. Kann ja wieder... Wo bin ich hin jetzt? Ich hole doch eigentlich da oben. Oben! Warum ist ich nicht mehr? Hass... 左右... Och... Nein 아니. Bleib in Bewegung. Dann wirst du gewinnen. Vielleicht kriege ich eh keinen mehr weil die slle... gleich alle weggesnackts werden... Die Einrichtung gehört um. 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 Es geht jetzt noch ein bisschen um Action. Da. Da. So. Ich folge einfach mal diesem Team. Hat einer noch Platz für mich? Nein. Hier auch nicht. Ein Donner kann ich fahren. Dann muss ich doch zu Fuß gehen. Aber ich warte noch bis das Ding wieder eingenommen ist. Stopp. Ah, da kommt ein Sand, aber... Dann muss ich... Dann muss ich... aber es war kein netter mensch wo er mich einfach überfahren hätte und ich war es halt rausgerutscht so jetzt kann ich mir geschwind gucken was ich mir kaufen da das wieder auffüllen das geschwind auffüllen das nachrüsten ist wirklich für meinen spion nicht anzutzen da also da kann ich nur das kaufen jacke kauf ich mir die nachrüsten hab ja immer noch genügend 300 noch okay durch den typen mal oben besuchen wo mich raketenwerfer beschießt